Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Dime mit Meningkabi. Ich bin mal kurz zu Hause, äh, ich will nämlich ein paar Sachen abholen und zwar baumklanzenderweise und ich hab mir auch ein bisschen Cobblestone eingepackt und ein bisschen hier, nee, hab ich noch nicht, aber jetzt. Ähm, ich hab nämlich drüben schon ein bisschen weiter gemacht. Ach siehst du, die kann ich eigentlich auch mitnehmen. Eigentlich könnte ich auch die Blöcke, aber die lass ich hier, so. Also, ähm, ich hab nämlich ein paar Sachen schon drüben, äh, gemacht und hab mir überlegt, ich könnte eigentlich ein paar grüne Bäume mitnehmen, ein bisschen Erde oder so. Ich werd mir die Sache ein bisschen grüner da drüben gestalten. Aber das hatte ich ja schon angekündigt gehabt, ich hab nur nie gesagt, dass ich mir das Zeug von zu Hause abhole. Haha, ähm, aber ist ja nicht so schlimm. Nee, vor allen Dingen, ich hab das jetzt ja erstmal markiert, äh, ich muss da. Genau zum richtigen Zeitpunkt. just closest. Nichts. Genau. Ah. 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 Ah, ah. 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 Aber ihr könntet ja euch trotzdem zeigen, ihr habt es ja aufgenommen. Wahrscheinlich habe ich das jetzt in der Zwischenzeit auch gezeigt. Jo, das ist noch nicht so perfekt. Muss das aber auch nicht sein. So, jetzt werde ich das mal in der Zwischenzeit aufwerten, weil wie ihr sagt. Deswegen habe ich das noch nicht die Kante aus der Fertigemacht. Genau, auf diesen Grund. Ich muss noch ein Stück breiter, weil ich habe hier ja nicht mit gerechnet, dass ich hier ja auch noch... Äh, da kommt ja noch eine Wand hin. Vorne und hin. Shit, ich habe das vorne auch vergessen. Ich muss das nochmal weg. Naja, ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm, das kriegen wir hin. Dort kriegen wir hin. Ich habe kein Holz. Ich hätte so viele Möglichkeiten hier ab, Holz mitzunehmen und ich habe es nie genutzt. Mann, bin ich doof. Ach, Mensch. Warte, nirg' den Kopf hast, hast du einen Helikopter. So. Na gut, wie gesagt, die Bäume fallen mir eh nicht. Die müssen hier weg. Die müssen hier weg. Und da bin ich gern schnell. Das habe ich gern zwei jessen. Ich habe das bloß hinten gemacht. Und wie gesagt, den lasse ich erstmal wachsen. Ich würde mal sagen, das hat funktioniert. Das war doch von mir, ne? Aber hier ist noch eine. Habe ich es weh? Mann, mein Kopf. Ich glaube, warum ist denn die gewachsen und die nicht? Fragen über Fragen. Ich glaube, ich habe nochmal eine gesetzt. Naja. Joa, das habe ich alles hier schon gemacht. Ja. Ich habe gedacht, das wollte ich euch ja sparen. Und jetzt soll ich euch doch eine Stasch sparen. Äh, 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 spart. Ich muss das ja trotzdem machen. Haha. Dann muss ich ja nochmal eine ziehen. Enttet ihr? Ne, ja doch. Dann muss ich nochmal eine ziehen. Und natürlich, genau in diesem Moment, wo ich hier anfange, fängt mein Reizplan. Hm. Aber halb so wild. Das kriegen wir schon alles hin. Und wie gesagt, das muss hier alle Beton sein. Weil sonst bringt mir das halt hier nichts. Wie gesagt, ich hatte ja auch Feuer gehabt, hier vorne noch Stahl zu machen. Also werde ich die Seiten noch auslassen. Ich werde jetzt bloß die Seitenwände machen. Vorne muss auf jeden Fall Stahl. Explodierenderweise. Ihr wisst doch. Die sind scheiße, doch. Und da oben muss ich ohne aufwerten. Oh ja. Ich hoffe, dass das jetzt so hinhauen tut. Naja, gut. Wir haben einen Helikopter. Wenn Tartofahrt kommt, können wir auch mal ganz schnell eine Mücke machen. Ich würde mal sagen, ich habe keinen Cobblestone mehr. Tolle Ding. Genauso richtigen Zeit. Äh, zur richtigen Zeit. Zur richtigen Zeit. Naja, gut. Kann man so oder so sehen, ne? So ein Schiederbau. Schieder, Schieder, Schieder. Geh mal weg, du Mist. Oh. Naja, gut. Achso, die muss ja auch nur weg. Tü-tü-tü-tü-tü. Kann ich das auseinanders nehmen? Kann ich das auseinanders nehmen? Natürlich nicht. Verdammt noch mal. Und ich habe doch ja kein Klee mehr da. Nö. Nö, nö. Ganz und gar nicht. Hey. Na gut. So, hier ist ja... Warum brennt denn der da? Weil der leer ist. Die da ja nicht. Achso. Deswegen. Okay, dann mache ich das auseinandersetzen. Okay, dann mache ich das auseinandersetzen. Okay, dann mache ich das auseinandersetzen. Ich kann ja eigentlich hier schon mal ein bisschen aufteilen. Na, das ist aber Willa Mox. Welke Schippe mit bei. Wo sind meine Schippe? Oh, verdammt. Das sind nochmal meine Schippe. Das ist doch eben gewesen. Gut. Dann wollen wir uns mal ein bisschen Klee schnappen. Alter, hier ist ja voll ruhig. Voll schillig. Und das im Zerstörchen. Wahnsinn. Wie gesagt. Mrs. Voldemort war noch nicht da. Soll ich den Teufel auch nicht an der Wand machen, wa? Wäre wahrscheinlich ja nicht so verkehrt. Ah, dann holen wir uns mal kurz eine kleine Frostnase. Aber wie gesagt. Das wird erstmal unser Weg hier sein. Tut mir leid, aber... Verzeugen machen. Braucht er den Scheiß. Was, wo? Hey! Ein Zombie! Ein Gesicht! So viel zu Gesicht. Gesicht zeigen und so, wa? Ja. Wusst ja, Dude. Oh, Mann! Die Gegend ist ja ein schön gesichtslos. Darf ich jetzt? Und du stell dir neben meinen Weg. Ich muss... Ich muss arbeiten. Obwohl, ich könnte hier eigentlich jetzt schon was herstellen. 500! Das ist doch schon mal was. Warten Sie mal. Timber fällt gleich. Ich zeige dir. Wir werden uns in meine Richtung begeben. Wolle mir mal kurz hier einen Weg frei. Ah, von wegen. BP. Kabin macht frei hier. Zack. Bums. Damter Stein. D-Rock. Jetzt. Bei mir. Timber! Ich hab das Loch gestoppt. Mit Naturprodukten. Hm. So. Ich bin wieder unterwegs. Äh. Klee. Moment. Der knittet ja mal. Klee. Will er unten dann. Wo denn da hinten? Das weg? Wie gesagt. Muss ich mal gleich mal ausprobieren. Mit der Erde. Diktete Globen. Hat's das ja nicht so funktioniert. Ist mit der Tanne los. Bei Ikea bestellt, oder wat? Da zieht ja so nicht. Tü-tü-tü-tü-tü. Hm, 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 hm. Ich wollte gerade sagen, Frühjahrsrenovierung, aber das wäre ein bisschen zu spüren. Haha. Ist nicht dein Ernst. Bäume moksen. Heute ist voll gegen die Natur, ich sage euch. Und du wachst endlich. Das sieht ja aus. Das kann ja. Das sieht ja. Wildet nicht. Das ist mein eigener Swimmingpool. Weiß. Er ist nicht groß. Aber genügend. Jetzt mal so die Zehren halten. Alles gut. Ich muss die Musik auch noch komplett auffüllen. Naja. Naja. Wo bist du denn? Das war, wenn er ein bisschen knapp war. Ein bisschen knapp bemessen. Oh. Oh. Verdammt. Ich hatte auch noch keine Wand auf, oder was ist denn hier los? Ich hatte auch noch nicht. Und wir haben uns eine Wand. Alter. Haltung. Ach, leck mich doch. Jedes Mal derselbe. So. Letzte Reihe. Habe ich mich schon drin? Schnauze. Ich habe das Stahl vergessen. So. Naja, gut. Dann würde ich mal sagen, ich bin ja fast fertig. Ich muss bloß noch hier dazwischen setzen. Aber wie gesagt, da muss ich noch werden. Und ich habe keinen Pflastersteine mehr. Ich habe auch kein Dresen mehr. Hey, sie wächst. Die ist hässlich. Aber es funktioniert. Das wollte ich bloß probieren. Jetzt können wir drauf hochbauen. Äh, meine Tiki-Taki. Aber jetzt kommt das nächste. Boom. Nein. Nein. Ich wollte eigentlich, wie ihr sagt, schauen, wie es aussehen tut. Ja, sag ich doch. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Verdammt. Wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt... Achso. Ich brauche mal kurz eine Schippe. Brauche mal eine Schippe. Wo ist meine Schippe? Ja. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn ich das ein bisschen anders mache? Und zwar, ich bin ja... Wir sind ja nie doof. Ähm. Da sind die Blöcke. Und jetzt... Ah, da müsste ich das ringsherum machen. Wenn ich das so... Nee, das passt. So passt. Ich will das Grün haben. Auf jeden Fall. Wo ist er denn hin? Leise. Wenn ich das großräumig mache. Wie sieht es denn aus? Würde zwar sehr, sehr viel Arbeit... Brauchen. Aber... Nee, das funktioniert nicht. Oder... Funktioniert das? Ja, ja, ja. Sobald ich das da irgendwie irgendwo rantacke... Würde ich sagen... Nee, will ich nicht. Ah, ich glaube. Nee, das funktioniert nicht. Ach, schade. Ich hätte es mir so schön ausgemalt haben. Machst du schön grün hier. Aber das will das Spiel nicht. Schade. Vielleicht musst du groß... Noch großräumiger machen. Ach, Mann. Spiel. Mach doch so was. Wolltet so schön machen. Aber der passt sich einfach an. Der passt sich einfach an. Scheißen, Dreck. Naja, gut. Halb so wild. So. Äh. Gut. Haben wir das hochfertig. Also, was heißt fertig? So fertig wie ging. Schauen wir mal bitte da raus. Gut, ich brauch das jetzt nicht. Aber... Irgendwann werd ich das schon mal wieder brauchen. Das klingt nicht logisch. Ist egal. Muss es auch nicht. Siehste? Und schon wieder Platz. Saubere Arbeit. So. Wie ihr sagt, hier mach ich noch einen Stachel. Hauen rüber. Weil, wie ihr sagt, ich hab... Es könnte sein, dass die sagen... Ah. Spider-Man, spring schon mal vor. Müssen wir irgendwie unterbinden. Ja. Wie ihr sagt, hier ist Gliederschutz. Also, die können hier hochlaufen. Alle Seiten oder so. Keine Probleme. Dann hier los. Und dann springen sie da hoch. Und dann hauen sie ab. Ha. Einige Lichtkabin. Wir wollten bloß einen Hubschrauber. Naja, gut. Leider, mein Magenknot. Also. Real. In realen Leben. So, ja, 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 ja. Warte mal kurz. Ich hab hier ein paar Sachen. Ich will nie nach Hause gehen, um die einzusortieren. Und ich brauch hier die Kohle. Nicht zu Hause. Die sind noch gut. Da wurde bloß ein oder zwei Mal rin gepuppt. Aber die sind noch frisch. Oh, Junge. Hm. So. Welch? Welch? Am welchesten? So, Zementenmick gleich mal mit. Wie gesagt, dann brauch ich das nicht produzieren. Naja, gut. Das ist voll die Welt, wa? Richtig krass, was ich jetzt eingesammelt hab. Ohne das würde ich jetzt nicht weiterkommen. So, nochmal 40. Das ist schon mal gut. Das ist sehr, sehr gut. Aber das war dann auch gewesen. Nämlich außer Spesen nix. Mann, die Generator, die könnt ihr mir eigentlich kaufen. Die brauche ich ja so oder so. Okay, kann ich denn doch nicht. Mir fehlt die Kohle. Ja, das ist dann immer noch den leckeren. Ach so. Ja doch. Pass doch. Pass, Bucket hat Luft. Naja, alles, was du sagst. Ich hab ja nie zugehört, Junge. So. Na, dann gucken wir mal. Was die heule Nachbarschaft schon wieder sagen tut. Bring ja Frieden. So, warten wir mal. Den ich jetzt richtig hin? Ja, ja, ja. Hier drin und dann zack, boom. Es mag irgendwas passiert. So. Dann schauen wir mal nach, wa? Nämlich ist ja schon mal willer Scheißen hier. Ich hab schon mal was gehört. Warst du? War Drohnen? Jetzt war ich das. Ach, Federn. Juten alten Federn. So. So. Da ist ja Pulli Manzai. Mal fragen, ob der sich hier auskennt. Hallo, sie? Das ist ein Japaner. Der hat mich gerade begrüßt. Hallo. Du warst mir an den Kotsu. Alter. Ich komme. Vater. Ah, er kommt hoch. Schade. Wollte ich gerade so ein bisschen lustig sein. Haha. Spätschicht. Nee, keine Spätschicht. Ist noch zu früh. Moment mal. Naja, gut. Wenigstens für Kabelmanagement habe ich jetzt auch schon was. Da waren wir doch auch schon lange nicht mehr drin, wa? Hey, ich habe Klee. Hallo? Da jemand? Hallo, Schlafmütze? Wird jetzt bin ich die Schlafmütze. Ich hoffe, jetzt nachzuladen. Boah, Jens. Irgendwie. Gehen wir da? Den Kaffee gemacht? Alle bloß fertig gemacht. Hingestellt und abgehauen, oder wat? Er ist jetzt hier schlossen. Hallo? Was los? Willst du oder willst du nicht, oder wat? Geh ich auf Klo. Ne, was? Das war klar. Wir sind in der City und schon sind sie da. Hat sich angehört wie eine Traube. Ne. Das sind eh zwei Leute. Aber das könnte so eine Traube werden. Das kann sich aber... Hört sich nach ein bisschen mehr an. Achso, die sind drin. Kommt mir bekannt vor. Hier täten wir auch schon gewesen sein. Also wir waren ja eigentlich fast überall schon gewesen. Aber ich meine, nachts technischerweise... Die Judenbären. Hab ich mir ausgerechnet für heute auf Jogo. Wo sind sie denn? Hallo, sie. Hallo. Ich übernehme mal die Leitung. Kann ich uns arbeiten, oder wat? Hier ist ja... Mit dir? Ach, guck, der ist tot. Und er muss sie festhalten. Schwerer. Wollte sie nicht ignorieren. Ich hab sie nicht gesehen. Toter Winkel und so. Aber jetzt können wir uns endlich die Kisten bauen. Ich hab willer Nägel. Haha. Könnte ich wahrscheinlich zu Hause so oder so haben. Ja, ja. So, wat haben wir hier? Ich spüre schon wieder so ne leichte Zaunverzögerung. Strange. Wat haben wir denn da? Genau, dat hab ich jetzt gesucht. Das ist ein Sarkasmus. Oh, Moment mal. Was war denn dat eben? Der Wind grad ne Pause gemacht, oder wat? War er sich nie sicher, oder wat? Oder wie? Was ich die eben komisch angehört. Ah, schön. Cobblestone, schön. Den werd ich nie brauchen. Ja, dat nehmen wir jetzt alles mit. Ja, ja. Den se mal kurz. Ich muss mal kurz da ran. Ist da Schiebedings. Das ist die richtige Bezeichnung davon. Schiebeding. Das sind Schiebedinger. An wat erkennt man, Leute? Man kann sie schieben. Entschuldigung. War grad so. Konnte grad nicht aufhören. Ah, hier ist ein Baujeländer. Hier könnte vielleicht auch noch Zement oder Gieß sein. Oder Naka. Es geht abwärts. Es geht abwärts. Es geht darunter. Aber wir werden mal gucken. Aber vorher werd ich erst mal nachladen. So, jetzt können wir. Hallo? Hallo? Gut, hab ich mir größer vorgestellt. Ich hab jetzt gedacht, ich hab hier den geilen Scheiß gefunden. War... Ist jetzt grad ein bisschen enttäuschend. Da hab ich mir jetzt gerade echt mehr auf. War so abgelenkt. Ich hab... Das hab ich hier nicht registriert. Das war jetzt gerade für mich gerade nicht interessant. Was? Wo? Wo ist er denn? Schauen Sie mal hier. Die sind doch nicht. Musik, wie leid hier so. Gerade Mann und Söhne. Komm mal hier rüber. Hallo, sieh. Wehre Zombies. Ein Hitter. Du bist nicht Wolverine. Nicht mal annähern. Du looich. Was machen? Trübeld Wasser. Auch Urin genannt. Mich naudert es genauso aus, wie das zwei Schwabbe aus dem Club holen. Ja, ja. Hallo, sieh. Oh, ein Bautzi. Ja, das Sound ist wirklich ein bisschen verzögert. Wieder mal. Hallo? Was ist das? Was ist das? Komm hier nicht hoch. Scheiße, scheiße. Wo komm ich doch? Jut, ich hab nix gesagt. Toll. Das war ja Willa Spitze. Hab ich ja Willa den geilen Chase gefunden. Ach, das ist doch erledigt. So. Ja, sieh? Kannst mal drüber nachdenken, was du gemacht hast, Junge. Ja, sieht genauso aus wie drüben. Wer hättest du gedacht? Verrückt. Naja. Okay. Es ist okay. Oh. Nein, gut. Ich hätt jetzt eher gedacht, dass er irgendwas tut. Also und dann drauf frühen tut. Und dann zack, bumms. Und ich steh denn Willa da. Warte mal, Willa Glück gehabt. Der hat ja hier Glück. Mich doch mal durch hier. Wird er nicht im Teil da lang. Was? Wo? Wo? Lieg dich mal hin, Junge. Du siehst nicht mehr gesund aus. Hab's dir gesagt. Und so, ihr hängt mal ne Runde fest. Naja. Wie gesagt, die Holzrahmen brauche ich ja so oder so. Ja gut. Ich hab was gehört. Rinderweise. Blöder Penner der. Warte mal, ich helfe dir. Du musst dich nicht bewegen. So, jetzt kannst du durch. Beeile dich doch mal. Mann. Das ist ja. Kommt mir bekannt vor. Hier hab ich übernachtet. Oder? Weil hier die Kisten nämlich offen sind. Hey, hey. Nix kaputt machen. Nix kaputt machen, hab ich gesagt. Da wird alles gebraucht. Ja, ich glaub's, das war hier. Nix mit, mit. Logischerweise. Denn ich brauchte nämlich jetzt. Wollte jetzt gerade sagen. Ich hab jetzt vor kurzem gerade erstmal einen Generator gekauft. Hallo. Hallo. Mach's so weit nicht. Ja, was ist denn hier? Ich hab hier Geschenke. Die Geschenke sind gut. Weil die sind nämlich gratis ohne Brot. Und schöne trockene Brot. Stimmt gut. Hm, gut. Ich will nicht drüber beschweren. Kann doch nicht irgendein Stutzwiller sein. Glaube ja. Oh, was? Wie fehlen da Zombies? Ich geh jetzt so hoch. Und krieg jetzt eh noch eine Zübe. Ich hab's gewusst. Ich hab's doch gewusst. Frechheit. Ich geh das mal dasselbe. Das war alles? Das war alles? Ich kann ja annehmen, dass das alles war. Weil so würd's hier gewesen sein. Ja. Eindeutig. Dann werden wir uns mal da durchwurschteln. Da, da. Nee, das ist ja das Stromwerk. Äh. Das Kraftwerk. Stromkraftwerk. Ach, was soll's? Was soll's? Wie gesagt. Ich bin sehr, sehr sprunghaft. Und diese Kiste? Stimmt da, um mich anzulocken. Und was soll ich euch sagen? Das hat funktioniert. Willst du es haben? Ich bin da als Kina drin. Ach so, auf der anderen Seite. Naja, toll. Warten Sie mal, ich renn mal hier durch. Hallo, ich bin hier. Hier. Ich hätte mal sagen sollen, das andere hier war. Ich hab noch mal kurz die Tür zu. Ich zieh hier draußen. Jetzt riech's gerade auf. Der ist unter uns. Ach nee, der ist. Der ist auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite des Towns. Na, den verziehen wir mal. Ja, nicht. Bestimmt unterirdisch. Ich geh mal kurz mit euch in den Abgrund. Und seven days to die. Und. Direkt rein. Der ist weg. Wir spuchen mal gleich wieder runter. Du auch. Und die anderen kommen alle noch. Ui, 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 ui. Kein Willer im Westen-Nest zu sein, wa? Alle erst mal wieder runter. Ja. Warten Sie mal kurz. Ich lag mal kurz nach. Was ist denn hier? Wo ist das denn hier? Das ist über uns, wa? Das hört sich nicht so an, als ob der unter uns sitzt. Ey, Droni. Das wäre nett, wenn du dich ankündigen tust. Mit Winken oder sowas. In der Richtung. Wie es mit deinen Furzen-Armen bringt das nichts. Aber. Kannst du ja mal wenigstens mal so. Warum ist denn Dittin hier? Achso, wahrscheinlich waren die Zombies hier, ne? Ich glaube, da waren die Zombies drin. Schön, schön. Oh, Lut. Hier steht mal die Tür. Gegen mir oben Puppes. Wer ist der? Ne, das kann ich abbauen. Und das werde ich auch tun. So, das haben wir schon mal. Hallo. 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 Becken Sie fest, oder was? Der ist tot. Und der jetzt hoch. Ich will mir eine Kiste hinterlassen. Mit Bücher. Du bist ja ja nicht tot. Clever. Dude. Oh mein Gott. Rette sich, wer kann. Blut. Äh. Moment. Kein Problem. Ich hab nicht. Gerade so. Na ja, gut. Na ja, gut. Ist nicht so schlimm. Wie gesagt. Was wir haben, haben wir. Ist doch gut. Chill mal. Was ist denn? Gut. Wenn er da ist, sei woanders. Vor, zurück. Vor, zurück. Vor, zurück. Und weg. Hallo Sie. Ist aber jetzt eine Zwicküle. Steigt noch Waffen gewalt. Das war bloß eine Frage, der zeigt, bis sie durchkommt. Hey, Drohni. Dankeschön. Nette Dröhnchen. Hä? Oh, nee. Die hab ich jetzt keine Lust. Man mag sie mal nicht. Das ist ein Sarkasmus. Sarkasmus. Entschuldigung. Hallo. Der steht vor der Tür. Hat er sich gerade hingeknackt oder so. Weiß nicht. Das hört sich nicht besser nah ran. Ich hab so das Gefühl, er mag meine Witze nicht. Oder mein Humor. Joa. Gut, das kann doch nach oben gehen. Warte. Na, nochmal. Sie ist doch verschlossen, Junge. Wer helfen soll? Nee, der schafft er alleine. Gib mal, er ist ja auch nicht alleine. Er hat ja auch Bombo mit bei. Jetzt nicht mehr, aber... Ja, noch... Ja, ja, ist doch gut. Ich hab alles unter Kontrolle. Er sieht es zwar nicht, aber... Gut. Die ist noch... Ein wenig entfernt. Oh, jetzt sind sie da. Hallo, sie. Ich geh mal nach oben. Wie nicht? Ja, ist doch gut. Ich muss nicht die Kiste kaputt machen. Ich geh nochmal eine Stufe hoch. Ich geh mal lieber nach oben. So bleibt mehr für uns... Zum Schluss übrig. Die ist voll am Ausrasten noch. Den Magier. Den weggezaubert. So, jetzt sollten wir aber auch ein bisschen so... langsam... äh... nach der Loot-Session... den Heimweg antreten. Denn hier wird es nämlich langsam ungemütlich. Schließen wir mal kurz die Tür. Versuchen wir mal, die Lage zu checken. Hallo. Check. Die ist krank, wa? Also, die schreit sich richtig die... äh... Dings. Aus der Seele. Scheiße. Hat richtig Party gemacht da unten, wa? Incoming enemies! Prepare for contact. Ja, du, ich wehs. Ich... Lass mich mal kurz... Ich muss mal kurz hier... noch eine Stufe höher gehen. Hm. Ach, du Scheißen-Breck. Ich glaube... jetzt ist wirklich Zeit... Erseniel zu geben. Nee, die kann ja eigentlich hier so... klatschen. Kradatsch. Und weg. Und zack. Bums. Aha. Ihr könnt nichts. Die sind immer noch so drauf und stehen da hinten rum. Ich... Verrückt sind die. Naja, gut. Ehen, zwei Loots kommen dann doch mit. Aber die werde ich jetzt verwirren. Wird jetzt so wie ein Hase... Haken schlagen. Und die geht mal in die Matschepapperin. Na toll. Und dann wissen sie nicht, wo ich bin. So. Ich bin ja Künstler. Äh, nicht Künstler. Ich bin ja hier Sportler. Ich kann hier rüberspringen. Das wissen sie ja nicht mehr, wo ich bin. Wie ist der so hier? Über den Zaun. Schild. Gabi. Das ist ein Schild. Jetzt nochmal. Über den Schild. Die folgen ja meinen Weg. Also gerade abzulenken. Aber gut. Ach so. Ich habe hier die Stadt markiert. Ich Idiot. Wo ist er ja in Richtung? Ich muss ja in Richtung Händler. Aber sieh da. Ich war verwirrt. Sind die verwirrt. Passt doch. Genauso wie ich das vorhatte. Hey. Und ich habe ein bisschen Beton, äh, Zement und, äh, Cobblestone und. Moment mal. Ich habe ja erst hier Zement. Genau. Beton muss ich erst herstellen. Boah. Das kriegen wir aber auch hin, wa? Das kriegen wir schon hin. Ich gebe zu, das ist hier sehr, sehr windig. Da hilft auch kein Dreiwetter taft. So, ich werde mal jetzt, äh, äh, den Rest hier machen. Ich hoffe, ihr habt Spaß, ihr habt. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und dann mal Kikmatt hier nur so passiert. Man, ich bin selbst gespannt. Also, bis denn. Ich bin raus. Tschö. Tschö. Tschö.